Willkommen zu meinem Tutorial von den Namenslampen. Wir sind mit einem 3D-Drucker gemacht. Ich zeige euch heute in dem Video, wie ihr die ganzen STLs dazu erstellt, wie ihr die ganze Sache dann zusammenfügt, welchen Kleber ihr benutzen solltet, was ihr im Slicer dann auswählen müsst, damit ihr halt auch so ein schönes Ergebnis kriegt, wie man so Sachen wie Wandaufhängung hier hinten anfügt, etc. Also viel Spaß mit dem Video. Nachdem ihr gesehen habt, wie toll die Lampen jetzt aussehen, müssen wir die auch irgendwie erstellen. Wir benötigen STL-Dateien und die müssen wir uns selber herstellen. Dazu brauchen wir zwei Programme. Das erste ist Inkscape, ein Illustrationsprogramm, ein Grafikprogramm, woraus wir dann eine SVG-Datei erzeugen, die wir in unserem CAD-Programm, in meinem Fall Autodesk Fusion 360, einfügen können. Beide Programme sind völlig kostenlos. Achtung, Autodesk Fusion 360 kostet normal Geld. Immer die nicht kommerzielle Version auswählen als Privatnutzer, dann könnt ihr das Ganze drei Jahre kostenlos nutzen, ohne Bankdaten oder ähnliches anzugeben. Dann wollen wir jetzt mal anfangen. Im ersten Schritt öffnet ihr Inkscape, geht dann auf der linken Zeile auf den Buchstaben A. Dieser ist da, um Textobjekte hinzuzufügen und zieht ein Fenster auf. Dann könnt ihr oben schon mal eure Schriftart wählen. Ihr könnt Schriftarten über Google als Fond herunterladen und unter Windows installieren. Da stehen die euch auch im Programm zur Verfügung. Oder ihr nutzt vorhandene Schriftarten. Ich benutze Comica Access. Das ist ein Fond, was ich heruntergeladen habe, welches super gut mit den Lampen funktioniert. Es hat auch so eine leichte Comic-Schrift, ein bisschen kursiv. Das sieht immer super fancy aus und viele Leute fragen die halt bei mir extra an. Nachdem wir jetzt die Schriftart ausgewählt haben und wissen, was auf der Lampe stehen soll, tippen wir den Text ein. Ich nehme meinen Namen Ilke. Und danach gehen wir oben auf das Maus-Symbol. Das ist wichtig, um den Text zu markieren. Um sicherzustellen, dass er markiert ist, schiebe ich den nochmal in die Mitte. Ihr seht das aber auch an den Pfeilen um den Text herum. Jetzt müssen wir zwei Operationen ausführen. Wir gehen oben einmal auf Pfad und Objekt in Pfad umwandeln. Und danach gehen wir wieder auf Pfad und Kontur in Pfad umwandeln. Dadurch wird das, was jetzt in der Schrift schwarz ist, später in der SVG weiß. Und wir haben die Möglichkeit, durch die einzeln vorhandenen Linien alles zu bearbeiten, wie wir das benötigen. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch abspeichern und exportieren. Da gehen wir oben links auf Datei, speichern unter, stellen sicher, dass das als SVG ist und speichern das auf dem Desktop oder irgendwo anders. Der Part in Inkscape ist jetzt erledigt. Jetzt müssen wir in unser CAD-Programm, in Fusion 360, hinein. Als erstes müssen wir in Fusion eine Skizze erstellen, damit wir eine Arbeitsfläche haben. Das macht ihr oben links, da ist ein kleines Plus-Symbol. Und dann bildet ihr einfach in der XY-Ebene etwas aus. Und damit habt ihr eine Skizze schon mal. Also seid im Skizzen-Modus. Jetzt müssen wir ein paar Sachen beachten. Mein Druckbett ist 256x256mm. Größer kann ich nicht drucken. Damit ich das auch nicht größer konstruiere, ziehe ich mir jetzt ein Rechteck auf. Oben links ist das Rechteck-Symbol und ich mache das Rechteck auf 230x230mm. Das gibt mir genug Puffer, weil später müssen wir noch die Lampe etwas größer machen. Das sind so 10-15mm und damit bin ich immer im Rahmen, ohne dass ich was Falsches mache. Dann gehe ich oben rechts auf Einfügen und SVG-Datei einfügen und suche mir den Speicherort aus von der SVG-Datei, die wir mit Inkscape erstellt haben. Wenn sie jetzt importiert ist, ziehen wir jetzt den größten Buchstaben, in meinem Fall wäre es der Buchstabe K in Ilke, so groß wie das Fenster ist. Also ungefähr auf die 230x230mm. Das könnt ihr an dem Schieberegler machen. Ihr habt aber auch rechts in der SVG-Datei Einfügen-Fenster, habt ihr eine Skalierungsebene. Die steht jetzt auf 1,0. Die könnt ihr auch auf 0,98, 95 stellen. Damit wird das Ganze kleiner und größer. Ich mache es meistens aus einer Kombination mit beiden, weil das sonst ganz schwierig ist immer. Das ist so der nervigste Part am Bau. Wenn ihr das jetzt wie ich baut, mit einem Puffer, praktisch 20mm vom Druckbett abgezogen, dann müsst ihr das auch gar nicht so genau skalieren. In meinem Fall reicht das so schon aus. 230, ich bin jetzt 1-2mm drüber, aber das ist völlig in Ordnung. Das mache ich bewusst so, um mir einfach die Arbeit zu sparen und ein bisschen ungenauer arbeiten zu können. Wenn ihr das jetzt immer nach dem größten Buchstaben ausrichtet, könnt ihr euch sicher sein, dass auch alle anderen immer passen. Das ist die beste Arbeitsweise. Jetzt stört das Rechteck, was wir aufgezogen haben, für unsere Kontrolle natürlich. Das müssen wir irgendwie entfernen. Da könnt ihr auf irgendeine Seite des Rechtecks gehen, die mit Doppelklick anklicken und auf der Entferntaste auf eurer Tastatur einfach Entfernen drücken und damit wird das ganze Fenster einmal herausgelöscht. Ein CAD-Programm, aber auch Inkscape als Illustrationsprogramm, arbeitet mit Abhängigkeiten. Das heißt, gewisse Geometrien und Sachen haben immer Abhängigkeiten zueinander. Dadurch können wir das jetzt nicht einfach bearbeiten. Das müssen wir irgendwie lösen. Das geht ganz einfach in Fusion, indem wir diese Abhängigkeiten vorübergehend deaktivieren. Dazu markieren wir einmal alles, gehen oben auf Abhängigkeiten, auf Fixierung, Fixierung aufheben. Dann wird das Ganze blau. Wenn das blau geworden ist, sind alle Markierungen aufgehoben. Jetzt seht ihr, dass ich noch ein rotes Symbol, also ein rotes Schloss neben meinem Mauszeiger habe. Das liegt daran, dass ich noch in dem Fenster drinne bin für die Abhängigkeiten. Um da rauszukommen, muss ich einfach nur Escape drücken. Jetzt haben wir ein 2D-Objekt und müssen das irgendwie in 3D umarbeiten, dass ein LED-Streifen reinpasst, vielleicht eine Wandmontage und das machen wir jetzt alles. Wir fangen mit dem Buchstaben-I an. Ihr geht auf irgendeine Seite von den Buchstaben und habt da einen Balken. Wenn ihr dort jetzt Doppelklick drauf macht, markiert ihr die komplette Umrandung. Jetzt müsst ihr den Buchstaben O auf eurer Tastatur drücken. Das ist der Versatzbefehl. Ein Versatz zwischen, sage ich mal, 7 bis 12 Millimetern. Bei den Lampen sieht toll aus. Ich nehme jetzt einfach mal 8. Und jetzt passiert gleich was, was super ist für dieses Video, weil ihr seht, ich kann diese Seite nicht anklicken. Das heißt, irgendwo ist das Teil nicht anständig geschlossen oder der Versatz war nicht erfolgreich. Und jetzt müssen wir das bei allen Buchstaben machen und so gesehen den kleinsten gemeinsamen Nenner suchen. Dadurch, dass jede Geometrie anders ist, ist auch der Versatz dadurch anders. Das funktioniert natürlich nicht immer. Ich gebe jetzt überall mal 8 Millimeter ein und hier könnt ihr sehen, dass ich auf die Versatzfläche draufklicken kann, bei dem I funktioniert das nicht. Und jetzt müssen wir das bei jedem einzelnen Buchstaben machen. Das heißt, wir ziehen überall mit demselben Befehl, also Doppelklick auf eine Teil, drücken dann O, geben dann 8 Millimeter ein und schauen, wo das Problem liegt. Beim I geht es nicht, bei allen anderen geht es. Das heißt, beim I spielen wir jetzt ein bisschen herum, wir probieren uns aus, welcher Wert auf das I passt und versuchen den dann auf alle anderen zu übertragen. 10 Millimeter funktioniert nicht, probieren wir mal. 6 Millimeter funktioniert auch nicht. Wenn wir jetzt noch weiter runter gehen, kommen wir in einen Bereich, wo es nicht mehr schön aussieht, bei 5 Millimetern. Da 10 jetzt auch nicht funktioniert hatte, probieren wir einfach mal 11 aus. 11 funktioniert, wie ihr sehen könnt, dadurch, dass bei allen anderen auch 8 funktioniert hat, könnt ihr auch fast sicher gehen, jedes Mal, dass auch 11 funktionieren wird. Dann kommt wieder die Regel, so zwischen 8 und 12 funktioniert eigentlich alles. Jetzt haben wir unsere äußere Ebene, also den äußeren Rand gezogen, für den Buchstaben vom Gehäuse. Jetzt fehlt noch eine Linse und wir brauchen irgendeinen Anschlag, damit die Linse nicht einfach nach unten durchfällt. Und den Anschlag bauen wir. Um jetzt im CAD was zu bauen, wenn ihr SVG-Dateien einfügt, müsst ihr immer von der Referenzlinie ausgehen. Und das ist die, die in der SVG vorhanden war, da, wo ich jetzt drauf bin. Wieder Doppelklick machen, wieder O drücken, um einen Versatz zu schaffen. Dadurch, dass wir jetzt nach links reinwandern müssen und nicht nach rechts raus, müssen wir ins Negative. Und ich habe die Erfahrung, so eine Versatzposition für den Anschlag praktisch, so bei minus 2 ist immer top. Da könnt ihr das Ding nicht nur dann ein bisschen einklemmen, sondern habt auch genug Luft dann, um noch ein bisschen Kleber reinzumachen, um das wirklich bombenfest zu fixieren. Und wenn ihr mit dem Versatzbefehl arbeitet, tut mir immer den Gefallen, scrollt rein, zoomt rein und guckt, ob ihr die Fläche, die ihr erstellt habt, als Versatzfläche oder Versatzebene auch wirklich anklicken könnt und ob die blau hinterlegt wird. Wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr später daraus auch keine Extrusion vornehmen und dadurch habt ihr das Problem, dass die Lampe einfach nicht mehr funktioniert, wie sie soll. Der Aufbau stimmt dann nicht mehr. Und diese minus 2 in der Versatzebene müssen bei allen Buchstaben rein, weil bei allen Buchstaben natürlich auch eine Linse ist, die einen Anschlag benötigt. Das machen wir bei allen Buchstaben und kontrollieren gleich, ob wir die Versatzebene innen drin anklicken können. Wenn das der Fall ist, können wir das so belassen und sind mit diesem Part erstmal durch. Jetzt müssen wir noch die einzelne Anordnung der Buchstaben zueinander etwas abändern. Das K seht ihr zum Beispiel, geht komplett in das E hinein etc. Und hier sind ein paar Sachen zu beachten, die ich euch jetzt erkläre. Das I geht in das L hinein. So wie das jetzt ist, das I zu dem L kann gelassen werden. Warum das so ist, erkläre ich euch. Ihr habt hier jetzt einmal das I. Der äußerste Rahmen von I muss immer einen gewissen Abstand haben, so 1-2 Millimeter zu der Versatzebene, die wir vorher mit minus 2 angegeben haben. Also zwischen den beiden Kanten, die ich gerade markiere, muss Platz sein. Das gibt euch die Sicherheit, dass ihr immer eine schön große Klebefläche habt, um die Buchstaben zueinander anzukleben, aber dass ihr dafür die Linse nicht irgendwie wegschneiden müsst. Das seht ihr bei vielen anderen Leuten, die so Namenslampen bauen, dass die Linse weggeschnitten wird, weil dieser Part nicht beachtet wird. Und das sieht natürlich nicht schön aus. Das seht ihr hier zum Beispiel. Wenn ich jetzt das K nicht verschieben würde, dann hätte ich jetzt das, was ich markiere praktisch als Linse. Und ich will ja das Stück, was in dem K ist, eigentlich auch als Linse haben. Das würde dann in dem Fall nicht funktionieren. Und damit hat man halt kein gerades E, sondern es fehlt so oben ein Stück. Und das sieht natürlich sofort hässlich aus. Und das will keiner. Und deswegen machen wir das jetzt anders. Wie ich schon mal erwähnt habe, geht alles immer von der Referenzlinie aus. Das heißt, ihr nehmt hier in dem Fall nicht die Versatzlinie oben und unten, sondern in der Mitte die Originallinie von der SVG-Datei. Das ist unsere Referenzlinie. Drückt den Buchstaben M und dann könnt ihr bei Abstand X praktisch das so weit herausschieben, dass zwischen dem K und der Versatzebene von minus 2 von E etwas Luft ist. Das hier ist mir ein bisschen zu eng zwischen den beiden Balken. Ich mache mal 11 Millimeter. Da ist genug Luft da. Und dann kann man das Ganze so belassen. Und nach diesem Prinzip könnt ihr bei jeder Lampe praktisch umgehen. Ich gebe euch gleich noch die Werte, um das Ganze in einer sauberen Extrusion zu verarbeiten. Aber vorher markieren wir einmal alles wieder. Oh, ich habe die Skizze jetzt deaktiviert. Ich muss mal wieder auf die Skizze mit Doppelklick drauf. Okay, das war die falsche Skizze. Sorry, auf Skizze 2 muss ich. Doppelklick, alles markieren. Dann gehe ich oben auf Abhängigkeiten und wieder auf Fixierung, Fixierung aufheben. Damit wird alles grün. Durch diese Fixierung könnt ihr praktisch nichts mehr verstellen und eure Lampe wird dann praktisch wirklich so gebaut, wie ihr das designt habt. Also achtet darauf, dass ihr wirklich penibel gearbeitet habt. Nun sauber. Wir fangen beim Buchstaben I an und markieren erstmal alles von dem Buchstaben I. Warum? Das ist unsere Grundplatte. Und die Grundplatte soll ja natürlich genauso groß sein wie alles andere. Und extrudieren diese auf, ich nehme meistens 2 bis 3 Millimeter. Ich nehme jetzt mal 2 Millimeter. Im nächsten Schritt brauchen wir natürlich die anderen Teile. Also blende ich mir einmal den Körper aus. Nur den einzelnen Körper. Wenn ihr alle Körper ausblendet, habt ihr das Problem, dass ihr keine Extrusion vornehmen könnt, weil der Bereich ausgeblendet wurde. Jetzt nehme ich mir den äußeren Rand. Da markiere ich auch den Teil, der in das L hineingeht und mache den auf 30 Millimeter. Das ist die komplette Höhe von jedem Buchstaben und der Abstand zum Diffusor mit meinen Werten, die ich euch jetzt alle gleich gebe. Damit erreicht ihr wirklich das beste Ergebnis. Ich habe fast 3 Monate rumgetüftelt, über 1000 Lampen bis heute gebaut. Vertraut mir, wenn ich euch sage, das sind wirklich gute Werte, mit denen ihr alle Lampen, Logos etc. umsetzen könnt. Also wie gesagt, hier tragen wir jetzt im Abstand die 30 Millimeter einmal hinein und dann drücken wir auf OK und haben einen neuen Körper. Jetzt brauchen wir die Versatzebene. Wenn alles 30 Millimeter hoch ist und der Diffusor 2,2 dick, dann muss das Ganze jetzt 27,8 Millimeter sein, der Anschlag, damit oben die Lampe schön bündig und glatt ist. Wir wollen ja nichts, was irgendwo an der Seite raussteht oder eine Lücke haben, die nicht sein soll. Also 27,8 Millimeter extrudieren. Jetzt haben wir drei Einzelteile erstellt. Ich blende erstmal kurz die Skizze aus. Drei Einzelteile für den Buchstaben I, die natürlich irgendwie zusammengesetzt werden müssen. Wir wollen das ja nicht kleben. Wir wollen das in einem Teil 3D drucken. Um die drei Teile zusammenzufügen, blendet ihr euch den ersten Körper aus, was immer die Grundplatte bei mir ist. Dann nehmen wir die innere Versatzebene oder die äußere, in meinem Fall die äußere, klicken die Fläche oben an und drücken auf E. Jetzt blenden wir wieder die Grundplatte ein und klicken in die Fläche rein. Und wenn wir da reinklicken, schlägt das Programm automatisch Ausschneiden vor. Wir ändern das Ausschneiden um, indem wir auf Verbinden gehen und drücken OK. Und somit haben wir praktisch die äußere Versatzebene, also das Gehäuse, die Umrandung mit der Grundplatte zusammengeschmolzen oder als Einteil fusioniert, wenn man so will. Und dasselbe müssen wir auch mit der inneren Versatzebene den Anschlag für unsere Linse praktisch machen. Da gehen wir auch wieder auf die Fläche rein, aktivieren den anderen Körper und drücken rein und ändern wieder den Vorgang von Ausschneiden auf Verbinden. Das Prinzip ist immer dasselbe. Ihr müsst das bei allen Buchstaben praktisch gleich machen. Wenn ihr dann den nächsten Buchstaben extrudieren wollt, ihr müsst da auf ein paar Kleinigkeiten immer Acht geben. Und zwar, wenn ihr das so jetzt macht, dass ihr das I nicht ausblendet, dann habt ihr das Problem, dass das I gleich mit dem L verklebt. Dadurch wird natürlich der Buchstabe wesentlich kleiner, weil ihr nicht mehr das komplette Druckbett pro Buchstaben ausreizen könnt. Ich markiere mir jetzt alles hier wieder, das Stückchen, was in das K geht, rein auch noch. Ich mache immer so, dass der erste in den zweiten Buchstaben reingeht, der zweite in den dritten, der dritte in den vierten und so weiter und so drucke ich das. Das gibt das beste Ergebnis. Wenn man das zusammenklebt, das hat die höchste Belastbarkeit. Wenn ihr jetzt alles markiert habt, wie ich in meinem Fall jetzt von Buchstaben L, gehe ich wieder auf den Körper links, auf den I-Körper und blende den aus, damit das nicht zusammenklebt, sondern jeder Buchstabe einzeln zu drucken ist. Und jetzt kommt wieder dasselbe Spiel. Wir extrudieren eine Grundplatte, die zwei Millimeter hoch ist. Dann wählen wir die äußere Versatzebene an. Da müssen wir jetzt darauf achten, dass wir den Teil, der in das I reingeht, nicht anwählen, weil das ist ja im I schon vorhanden, aber der Teil, der in das K reingeht, müssen wir anwählen. Und jetzt zeige ich euch dann noch einen kleinen kurzen Trick, wie ihr das Ganze nicht in zwei Klicks, sondern in einem einzigen Klick praktisch fusionieren könnt oder zusammenfügen könnt dann die Einzelteile. Und die Werte sind immer dasselbe. Der äußere Rand 30 und der innere Rand 27,8 Millimeter hoch. Und jetzt kann ich beides aktivieren, beide Körper und markiere den ersten, halte dabei die Steuerungstaste gedrückt und markiere den zweiten. Jetzt kann ich Steuerung loslassen, gehe dann links wieder auf die Seite, auf Körper 4, welches meine Grundplatte ist, kann hier jetzt wieder reindrücken, alles wird markiert und ausschneidend empfohlen und ich gehe wieder auf Verbinden und dadurch habe ich dann mit einem einzigen Klick beide Teile auf die Grundplatte angefügt, fusioniert, wie man auch nennen mag. Und das machen wir jetzt praktisch bei jedem Buchstaben nacheinander, bis wir dann vier einzelne Buchstaben haben und damit haben wir schon mal den ersten Teil von der Lampe, nämlich unser Gehäuse, fertiggestellt. Und jetzt müssen wir ein paar Änderungen vornehmen an dem Gehäuse, damit auch ein LED-Streifen durchpasst. Als erstes wählen wir die Bohrung aus und klicken auf den ersten Buchstaben drauf, in dem Fall bei mir das I. Ich nehme den Bohrungsdurchmesser auf 15 Millimeter. Damit kriegt ihr jeden LED-Streifen von hinten eingefädelt und ich ziehe die Bohrung zum Einfinden immer irgendwo links oder rechts unten an der Kante. Das erlaubt es mir, von hinten den LED-Streifen einzuführen, an dieser Kante hier hochzugehen und der LED-Streifen, der zurückkommt praktisch am Ende, geht dann auch wieder in die Kante rein und so habe ich einen sauberen, schönen Abschluss. Jetzt brauchen wir noch irgendwas, damit wir die Buchstaben oder den LED-Streifen durch die Buchstaben durchschleifen können. Das machen wir mit einer Skizze oben links auf das Skizzen-Symbol geklickt, auf ein Buchstaben rein. Das erlaubt es uns jetzt auf unsere 3D-Extrusion eine 2D-Skizze zu legen, um später Sachen rauszuschneiden. Ich nehme oben das Rechteck-Symbol, da klicke ich drauf und jetzt muss man einfach nur beachten, dass die Breite ungefähr 15mm sein sollte, weil er einen LED-Streifen um die 10-12 hat und den müsst ihr einfach so auslegen, dass er praktisch nur an der Wand da lang geht, wo die zwei Buchstaben zusammengehen. Nicht zu weit nach rechts aus dem Bild ragen oder sonst irgendwas. Weil es da Platz erlaubt, können wir hier mit dem Befehl Rechteck arbeiten. Unten zwischen L und K müssen wir dann den Linienbefehl auswählen, weil wir einfach das Problem haben, dass wir kein sauberes Rechteck ziehen können. Hier ist es nur wichtig, nicht oben über die Kanten hinaus zu gehen, damit der LED-Streifen unsichtbar dadurch passt. Und es muss auch nicht perfekt gerade sein, guckt nur, dass ihr so um die 15mm Platz dort habt. Das machen wir jetzt bei allen Buchstaben und wenn das erledigt ist, können wir die markierten Stellen anvisieren und eine Aussparung machen, die dann zwischen der Bodenplatte und dem obersten Punkt dann durchgeht, dass es unsichtbar ist. Der LED-Streifen wird dann unten durch die Bohrung eingefädelt, geht dann hier durch die Aussparung ins L, dann durch die Aussparung ins K, unten lang, oben durch die Aussparung ins E und den kann man dann zurückschleusen, bis man dann hinten wieder am I praktisch ist. Wie schon gesagt, jetzt müssen wir einmal oben rechts auf Skizze fertigstellen klicken, um das zu bearbeiten. Ich blende mal kurz alle Körper aus. Das lässt mich diese Felder einfacher anklicken, sonst ist das immer so ein Gewurschtel und wähle einmal alle Fenster jetzt aus, die ich erstellt habe, um den LED-Streifen durchzuziehen. Dann blende ich die Körper wieder ein und mit Steuerung und Mausrad könnt ihr jetzt das Ganze so ein bisschen anneigen, das lässt sich dann gleich schöner sehen. Oder ihr nehmt oben rechts den Balken, da könnt ihr auf links, rechts, vorne klicken und habt auch eine tolle Ansicht. Bei mir ist jetzt das so gestaltet, dass es von oben anfängt. Die Ebene kann je nachdem, wo ihr draufklickt, auch unten sein. Wichtig ist nur, dass ihr irgendwo eine Höhe bei 10-12 mm herausbekommt. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch. Ihr könnt das hier über diesen Schiebregler ziehen, dann kann man oben rechts auf den Würfel gehen und dann sieht man das super grafisch angezeigt. Man kann das aber auch über die Abstandswerte selber machen. Ich mache das so, dass ich das per Hand so ein bisschen ausrichte. Wichtig ist nur, dass ihr jetzt in meinem Fall auf der linken Seite von dem roten Kasten 2 mm habt, weil wir wollen die Grundplatte ja nicht noch dünner machen, wie sie ist, weil das ist das Material, was das ganze Gefüge zusammenhält am Ende. Und so habe ich jetzt praktisch von 10, minus 10 bis 28, das heißt 18 mm Höhe, um das Ganze durchzuziehen und das funktioniert wunderbar. Für diese Methode oder für diesen Schritt gibt es viele Arten, die man realisieren kann. Das ist meine Art, ich finde das so am einfachsten. Vielleicht habt ihr eure eigene oder ihr seht andere Leute, die es anders machen. Vieles ist möglich. Im CAD-Programm ist es einfach nur wichtig, dass man damit selber klarkommt. Und wie ihr sehen könnt, haben wir überall die Ausschnitte jetzt drinnen, um den LED-Streifen durchzuziehen. Jetzt benötigen wir noch eine Linse. Die Linse baue ich dann so, dass ich erstmal alle Körper einzeln deaktiviere und nicht oben alles, weil wenn du alles deaktivierst, meckert Fusion als rum, du kannst keine Extrusion vornehmen, weil alle Körper deaktiviert sind oder die Körperansicht. Deswegen manuell einzeln deaktivieren und wir aktivieren dann mit dem Auge-Symbol auf der linken Seite, indem wir draufklicken, die Skizze. Für die Linse müssen wir jetzt das große Feld in der Mitte anklicken plus die Versatzebene, die wir vorher mit minus 2 angegeben hatten. Dann drücken wir die Taste E auf unsere Tastatur für Extrusion und wechseln die Richtung von einer Seite auf zwei Seiten. Das erlaubt uns, auf Z plus und minus parallel zu arbeiten. Beim Abstand nehmen wir jetzt die 30 mm. Warum? Weil auch der äußere Rand 30 mm hat und wir einen bündigen Abschluss oben wollen. Beim Abstand 2, der untere, oh, ich habe jetzt Verjährungswinkel abgeändert, natürlich beim Abstand die minus 27,8 eintragen. Damit differenzieren wir und wir haben unsere Linse von 2,2 mm. Gleichzeitig haben wir es auch grafisch in der Position, dass wir später eine Illustration machen können, wo man genau sieht, wie die Lampe später aussehen wird. Ich blende jetzt mal kurz den Körper ein und da seht ihr, dass wir oben einen schönen bündigen Abschluss haben und dass das Ganze auch so aussieht, wie es aussehen soll. Und wie ihr jetzt raten könnt, müsst ihr dasselbe natürlich mit dem gleichen Prinzip bei allen Linsen machen oder bei allen Buchstaben, damit ihr für alle Buchstaben eine Linse habt. Wenn das soweit erledigt ist, können wir auf das zurück, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, dass man sich das grafisch anzeigen lassen kann. Wichtig ist bei der Anzeige, wählt nur die Körper aus, also Linse oder Gehäuse alles zusammen, was ihr halt in einer Farbe markieren möchtet, sonst wird alles immer markiert und dann seht ihr halt keinen Unterschied zwischen Linse oder nicht. Buchstaben A auf der Tastatur drücken und in die Bibliothek SMD eingeben. Unten auf die Darstellungsbibliothek gehen und dann könnt ihr das einfach reinziehen, das SMD ist praktisch das LED-Weiß. Die Gehäuse lasse ich in dem Grau, ich könnte da jetzt auch wieder auf A klicken und die schwarz einfärben und dann sehe ich schon, wie meine Lampe später aussehen würde. Und das finde ich schon mal ist sehr viel wert. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit einer Wandmontage und wie man die hinzufügt, zeige ich euch natürlich auch in diesem Video. Als erstes blinden wir die Linsen aus, dass wir nur die Grundkörper unserer Gehäuse haben, gehen oben links wieder auf die Skizze und klicken auf einen Körper drauf. Jetzt ziehen wir uns eine Linie. Jetzt müssen wir überlegen, von wo nach wo die Wandaufhängung gehen soll. Bei vier Buchstaben würde ich es im ersten Buchstaben und im letzten machen. Bei mehr Buchstaben würde ich es wahrscheinlich irgendwo mittig anorten. Ich ziehe jetzt den Punkt A nach B, einfach von I nach E so gesehen, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, sorry, und achtet da immer drauf, dass ihr irgendwo relativ weit oben seid und mittig. Warum mittig? Damit ihr später keine Behinderung habt, wenn der Nagelkopf da durchguckt und dann den LED-Streifen behindern könnte. In den ersten Punkt auf I ziehen wir einen Kreis mit 10 mm, gehen dann auf das Linien-Symbol und ziehen dann wieder eine Linie, die 10 mm nach oben geht. Jetzt gehen wir wieder auf das Kreis-Symbol und machen hier einen Kreis, der 7 mm groß ist. Dadurch haben wir jetzt praktisch ein Langloch, noch nicht, aber jetzt. Jetzt gehen wir auf den oberen Kreis mit dem Linien-Symbol, da könnt ihr in den Mittelpunkt einrasten und zieht den nach links und dort rastet der auch ein und dasselbe machen wir jetzt nach unten, bis er auch wieder einrastet. Dann gehen wir wieder aufs Linien-Symbol und machen das Ganze natürlich auf der anderen Seite genauso. Man kann hier auch mit der Spiegelung arbeiten, das war mir aber zu kompliziert für euch, also habe ich das mal so einfach gehalten. Und jetzt kann ich auf E drücken für Extrusion, Minus 5 eingeben, damit wird es ausgeschnitten, OK klicken und habe da ein schönes Langloch drin, wo unten der Kopf reingeht und dann nach oben weg hin einrasten kann. Und dasselbe müssen wir natürlich auch beim Buchstaben E machen, also Skizze kurz wieder aktivieren, den ersten Kreis mit 10 mm ziehen, oh, ich muss erstmal Doppelklick drauf machen, sorry, den ersten Kreis mit 10 mm im Mittelpunkt ziehen, danach ziehen wir eine Linie hoch, die wiederum 10 ist, an dem obersten Punkt setzen wir dann wieder an zu einem Kreis, der 7 mm ist, dann gehen wir wieder aufs Linien-Symbol, gehen in die Mitte, lassen es einrasten an beiden Punkten. Wenn das gemacht ist, können wir mit Steuerung gedrückt halten, alles mit der Maus einmal markieren, auf E gehen, wieder Minus 5 eingeben im Abstand und damit haben wir, oh, das war jetzt zu schnell, ich muss das nochmal kurz langsamer machen, manchmal müsst ihr, ja, ein Minütchen oder ein Sekündchen Geduld haben mit Fusion, und so ist unsere Wandaufhängung auch gleich fertig. Wenn ihr jetzt keinen Bambulep wie ich habt, sondern einen älteren Drucker, der vielleicht nicht exakt kalibriert ist, kriegt ihr Schwierigkeiten, wenn ihr die Linse einsetzen wollt in das Gehäuse. Da könnt ihr dann einmal ransummen und braucht hier die Seitenfläche, die dann praktisch da reingeht. Da gibt es das Tool, drücken und ziehen. Man könnte jetzt alles markieren, was natürlich viel zu aufwendig wäre und das sollt ihr auch gar nicht machen, weil das dauert zu lange. Ihr könnt stattdessen auch einfach irgendeinen Punkt markieren, indem ich drücke mal kurz Escape, damit es weg ist, irgendeinen Punkt markieren und vorher dann auf das Drücken ziehen Tool klicken. Wenn ich jetzt hier minus 0,1 eingebe, wird die ganze Außenfläche um minus 0,1 Millimeter geschrumpft. Dadurch habt ihr eine viel bessere Passgenauigkeit, weil auch 3D-Drucker haben Toleranzen, diese gerne mal überschreiten und dann passt das vielleicht nicht. Das schafft euch auf jeden Fall Abhilfe. Minus 0,1 bei älteren Druckern minus 0,2 und die Linse passt immer. Jetzt müsst ihr das Ganze noch irgendwie als STL-Datei exportieren. Das geht in Autodex super einfach. Ich wähle mir einmal alle Körper an bzw. blende alle dann gleich ein und dann kann man oben links einmal auf Datei gehen. Das ist dann das weiße Blatt da oben und wenn man da drauf geht, gibt es die Option 3D-Drucken. Bei mir ist jetzt kein Haken drinne bei der Ausgabe. Normalerweise ist da ein Haken drinne und steht an 3D-Druckdienstleistung weitersenden. Das mache ich nicht. Ich mache den Haken raus und kann das dann so gesehen direkt als STL abspeichern anstatt das irgendwo in ein 3D-Programm direkt reinzuladen. Wenn ihr jetzt alle STLs exportiert habt, könnt ihr euren Slicer aufmachen, Bambus Slicer, Kura oder whatever und die Datei hineinziehen. Jetzt müsst ihr ein paar Sachen beachten. Und zwar bei dunkleren Farben arbeite ich meistens so mit 20-25% Infill. Bei helleren Farben bin ich so bei 35-40%. Weil ich mag das nicht, wenn an der Seite des Buchstabens Licht durchkommt. Das soll ja wirklich nur durch die Linse kommen. Was ich euch auch empfehlen kann, ist hier das Gitternetz als Füllmuster zu verwenden. Das braucht 3 Stunden 30. Nehmt ihr jetzt irgendein anderes Füllmuster wie zum Beispiel Geroid, dann seid ihr bei 45 Minuten mehr. Wenn ihr jetzt 10 Buchstaben druckt, sind das halt dementsprechend gut eine Zeit, die ihr einfach verschwendet habt. Auch bei der Linse müsst ihr einige Sachen beachten. Wenn ihr das jetzt so druckt, wie ihr es reingezogen habt, wäre die letzte Schicht oben drauf. Das würdet ihr genauso einsetzen. Dadurch habt ihr einen Layer, der sichtbar ist, auf eurem Diffusor oben drauf. Das sieht nicht schön aus. Ich druck das Spiegel verkehrt. Damit ist praktisch der obere Layer, der später nach oben weg guckt, auf dem Druckbett drauf. Und wir haben eine schöne Marmorierung darauf, die gleichmäßig ist und dadurch auch hochwertig erscheint. Wichtig ist hier, kein Füllmuster zu verwenden, sondern auf 100% Infill zu gehen, weil der Diffusor soll ja gleichmäßig durchleuchten und da sollen jetzt keine Muster durchkommen oder so. Das würde nicht schön aussehen. Wenn ihr ihn exportiert habt auf euren Desktop oder in euren Ordner, den ihr ausgewählt habt, könnt ihr das Ganze einmal reinziehen in euren Slicer. Ich mache das jetzt mit dem Bambus Slicer. Das geht aber mit jedem Slicer gleich. Wenn das nicht passt, dann habt ihr immer die Möglichkeit, das Objekt hin und her zu drehen. Das kennt ihr wahrscheinlich alle schon. Wichtig ist jetzt hier zum Beispiel bei den normalen Grundkörpern, ich drücke die auf 25% Infill, damit halt einfach eine gewisse Stärke da ist. Aber ich möchte auch nicht, dass es so viel wiegt, deswegen nur 25% und hier nimmt Gitternetz. Warum? Weil wenn ich das jetzt leiste zum Beispiel, dann seht ihr hier, ich brauche mit dem Gitternetz 3 Stunden 26 und wenn ich jetzt irgendwas anderes auswählen würde, wie zum Beispiel Geruit oder sowas, dann bin ich nicht mehr bei 3 Stunden 26 sondern bei 4 Stunden 15 und so könnt ihr euch Zeit sparen. Bei den Linsen ist halt auch was zu beachten, eine Linse ist nichts anderes wie ein Diffusor. Da ist jetzt in dem Fall zwei Sachen sogar zu beachten. Das erste ist, ich druck, die Linse würde jetzt so eingefügt werden. Wenn ich das jetzt so drucken würde, wäre der letzte Layer hier oben drauf und das würde hässlich aussehen. Ich möchte eine gleichmäßige homogene Fläche haben als Diffusor, die nach außen scheint. Deswegen druck ich die Spiegelverkehr. Das heißt, ich klicke hier einmal drauf, auf Fläche legen und lege es praktisch auf die obere Fläche. So habe ich jetzt die Gewissheit, dass praktisch das PEI-Druckbett die leichte Unebenheit, die Struktur sich hier drauf überträgt und ich eine schöne Linse habe, die eine schöne Strukturierung oder Marmorierung hat. Wichtig ist auch, dass die Linse mit 100% gedruckt wird. Das könnt ihr hier unten dann einstellen bei Fülldichte oder Infill auf 100% auf OK klicken. Bei mir sagt der jetzt, der muss hier auf Gradlinie nicht wechseln, weil mit 100% habt ihr halt keinen Infill, der sichtbar sein könnte. Und das ist sehr wichtig. Wenn die Lampe schön aussieht und da leuchten LED-Streifen durch, wollt ihr ja kein Muster dadurch blitzen haben, sondern ihr möchtet schöne weiße, homogene Fläche, die halt schön gleichmäßig durchscheint. Und das geht halt nur so. Und dann seid ihr bereit, euren LED-Streifen einzubauen und ready to go eure ersten Namenslampen zu bauen. Ich werde noch weitere Videos veröffentlichen, wie man vielleicht noch Schrauben reinsetzen kann und das Ganze mechanisch verbinden. Ich werde das ganze Thema jetzt weiter ausarbeiten. Ich hoffe, das erste Video hat euch gefallen von der Reihe. Macht gern das Abo weg und hinterlasst ein nettes Kommentar, wenn euch das geholfen hat. Ihr könnt mir auch gern Fragen stellen. Ich werde euch die Fragen, so gut es geht, beantworten. Jetzt müsst ihr nur noch eure Buchstaben drucken und eure Linsen und dann geht's weiter. Ich habe meine jetzt schon hier zusammengebaut, aber ich kann euch das anhand dieser nochmal kurz erläutern. Als erstes wären so Klemmen hilfreich, entweder so große hier oder auch so kleine. Die sind super, wenn ihr zwei Buchstaben habt, wo ihr dann den Kleber einfüllt, um hier jetzt dann da rein zu gehen, dass das schön angepresst wird. Und tut mir den Gefallen, lasst den Klebstoff aushärten. Zwölf bis 24 Stunden in einem Raum mit 24, 25 Grad und etwas Belüftung sind super dafür. Und hört auf, sowas zu verwenden, Sekundenkleber hat mit 3D-Druck nichts zu tun, der kommt weg. Und stattdessen nehmen wir Uhuplast. Warum? Uhuplast ist nicht wie Sekundenkleber. Es schmelzt die Oberfläche an und dadurch haben wir eine saubere und viel stabilere Verbindung und auf der anderen Seite bleicht es nicht aus. Sekundenkleber hat die schlechte Angewohnheit, zum Beispiel jetzt hier auf schwarzem Kunststoff oder PLA, dass wenn es trocknet, es überall so weiße Schlieren zieht und das kriegt ihr vom Kunststoff nicht mehr runter. Und wenn es ausdampft und alles weiß bedeckt, das sieht nicht mehr schön aus. Und wenn ihr Pech habt, habt ihr das hier vorne in eurem Bereich, wo dann alles leuchten soll. Das wollen wir nicht. Deswegen nehmen wir den Uhuplast. Der dampft auch aus, aber der bleibt transparent, wie ihr sehen könnt. Ich kann euch das mal versuchen jetzt zu zeigen. Hier sieht man es so ein bisschen, dass es transparent bleibt. Aber auch hier hinten, wo ich jetzt übertrieben habe, da sieht man im Licht so ein bisschen was, aber es bleibt transparent. Ich mach es mal hier hin. Ich finde es vielleicht ein bisschen besser. Aber es bleibt transparent. Und den Kleber könnt ihr auch wunderbar nehmen, um eure Linse einzukleben. Ich gehe da immer ein bisschen an der Kante hier so lang und dann drücke ich die Linse rein. Dann hält das einmal durch die Kraft des Druckens oder durch die Pressung und dann zusätze ich nochmal durch den Kleber und das ist wirklich eine super Bomben Sache. Und wie ihr sehen könnt, also das Ding ist auch relativ stabil. Natürlich konnte ich jetzt vielleicht im Video nicht alles behandeln und der ein oder andere hat noch Fragen. Ihr findet mich auf TikTok unter meinem Hauptkanal Ilke.im. Ihr könnt aber auch einfach hier in YouTube unten einmal die Kommentarfunktion nutzen und mir Fragen stellen und ich versuche, die gewissenhaft und so gut es geht zu beantworten. Danke, dass ihr das Video geschaut habt und ich wünsche euch viel Spaß beim Bau eurer eigenen Lampe.